Ein Flugzeug, den Ton der Luft und den Ton der Luft sind wir beim Gläserpark der Tag hat zwar erst angefangen aber bisher ist es ziemlich cool ein Flugzeug, den Ton der Luft 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 Ja, heute sind wir von der Stadt zur Insel gekommen und als wir dann hier angekommen sind sind ein paar ins Wasser gegangen das war schön dann, ja dann sind wir auch später, haben wir noch so einen Rundgang gemacht und dann waren wir da noch so hier am Lagerfeuer und dann, ja dann war es hier auf einmal dann etwas lauter weil der Sohn von der Anna, der schnarcht halt nicht laut und okay, tschüss Musik